It's a me, Selinkario! Schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Mario Kart Nummer 8! Lucky du, gib das Go, mein super guter Freund! So, ich hoffe die letzten Parts haben euch gefahren, es gab ja auch wieder einige Wunschthemen parat. Wow, ich versuche mich hier immer noch am Platz 1 der Lüsten der Charts, danke für die Superhobe, zu katapultieren, was mir natürlich nicht unbedingt immer gelingt. Was wollte ich sagen? Ich muss mal eben kurz rechnen, wann dieser Part online kommt. Habe ich jetzt natürlich unprofessionell, wie ich bin, nicht vor der Aufnahme gemacht. Moment, ich bin kurz für zwei Sekunden still oder auch für eine Stunde, je nachdem, wie lange ich brauche, um zu überlegen. Ihr kennt mich ja, das braucht immer ein bisschen länger. So, der Part, ich habe zu Ende überlegt, ist ja total lustig, wenn es falsch wäre, ich muss nochmal überlegen. Moment, der kommt ja jetzt, ich habe jetzt auch genau... Ja, der Part kommt ja heute am Samstag online. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in euer Wochenende. Ja, so läuft das. Ich überlege mir immer so, was haben wir heute? Genau, und dann gehe ich natürlich immer auf den Wochentag ein, sagte er und vergisst es eigentlich jeden Tag. Ja, it's a me, Silinkario. Was ich erzähle, macht gar keinen Sinn, aber dafür liebt ihr mich ja hoffentlich. Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Naja, ich habe Wochenende auf jeden Fall, wenn ihr die Party seht. Das bedeutet, was bedeutet das? Heute Abend um 19 Uhr gibt es wieder eine, trau mir bitte, Community Livestream. Wieder auf Hitbox. Letztes Mal gab es ja hier und da diverse Probleme. Tut mir auch ein bisschen leid, ich weiß jetzt nicht, schlagen sich die Geister drüber, ob das wirklich an YouTube lag oder einfach nur an meiner Holz-Internet-Leitung an den Tagen. Ich hoffe, diesmal ist alles in Ordnung. Ich werde vorher noch ein paar kleine Tests machen. Wow. Wow. Werde das so oder so aber auf Twitter wieder ankündigen, ob alles in Ordnung ist oder ob das ausfällt und so weiter. Aber ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass es irgendwie Komplikationen geben wird. Wir spielen ja wieder Splatoon, Mario Kart 8 und wenn ihr Interesse habt und Bock habt, mich leidend zu sehen, natürlich auch wieder ein bisschen Super Mario Maker. Und ich finde diese Streams immer große Klasse. Ich habe jetzt diesmal kein Feedback gegeben zu den letzten Streamen, weil, habe ich vergessen. Ja, ich konnte mir zur Ausrede einfach nach so, ja, war ja, ne, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Wollt ihr jetzt eine kurze Meinung hören? Ich meine, es ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber wir können doch trotzdem mal eben drüber quatschen. Ich wollte gerade echt die Hupe loswerden. Das wäre dumm. Für Blupa lohnt sich das, ja. Herr Sinne Kario. Hashtag. Herr Sinne Kario Kartet. Wow, das war WDR 3. Oder er. Oder wir auch immer gerade... Achso, ist schon vorbei. Lol. Cool. Gefällt mir. Lalalala. Like it. Haha. Hoho. Das gefällt mir. Ne, der letzte Livestream, ja, war ein bisschen durcheinander irgendwie. YouTube lief nicht so rund. Hinterher Hitbox auch. Es war im Lacken. Ich habe es ja auch gesehen. Viele sind dann gegangen. Was ich total nachvollziehen kann. Es würde mich auch total nicht anbocken. Um das mal so auszudrücken. Wenn ich einen Livestream sehe und alle 30 Sekunden gibt es diverse krasse Hängerverzögerungen. Gut, die hast du ja immer beim Streamen. Aber irgendwelche Hänger, Blackscreens, Verzerrer und so weiter. Da würde ich selber auch keinen Spaß an empfinden. Kann das von daher vollends verstehen. Es tut mir wirklich leid. Weil ich freue mich auch immer sehr auf diese Community Livestreams. Oder einfach auf die Livestreams. Ist ja ein Stream für euch. Schon mehrmals erwähnt. Einfach um mit euch zu zocken. Meistens lade ich den hinterher auf YouTube hoch. Dieses Mal und auch das davor. Ja, das davor hatte ich ja Laden und WLAN. Habe das dann getrennt. Und da ist die Aufnahme komplett Schrott gewesen. Und jetzt letzte Woche lohnte sich das einfach nicht online zu stellen. Weil es einfach... Ich habe mal kurz durchgeswitcht. Wirklich oft. Wirklich sehr, sehr oft. Ja, so oft auch nicht. Aber ziemlich oft zu diversen Hängern. Und ja, kann ich so nicht hochladen. Wenn dann wirklich jemand, der interessiert ist, das guckt, denkt er sich auch... Nee. Da gucke ich mir erstens nicht an. Zweitens bin ich dann auch nicht bei den Streams dabei. Und drittens, die, die da eventuell was nachgucken wollen, die können nichts nachgucken, weil es übel am Leggen ist. Deswegen habe ich den Stream jetzt nicht hochgeladen. Sollte aber jetzt hoffentlich dann, wenn wir jetzt wieder am Samstag, das Stream gut klappen, dass ich den auch wieder rechtzeitig hochladen kann. Normalerweise stelle ich mir immer selber so die Herausforderung, dass ich den, aber das heißt Herausforderung, den Maßstab einfach so stumpf gesagt, dass ich den ein bis zwei Tage später hochlade. Manchmal vergesse ich das. Das Problem ist halt, wenn ich auf Hitbox streame, wow, dann darf ich am Anfang nicht aufnehmen, weil dort gibt es ja hier und da immer wieder kunterbunte Musik von Digimon, Pokémon, Dragon Ball und hier und da nochmal kleine andere Perlen der Musikbranche. oder der Anime-Branchen und YouTube würde mir natürlich direkt einen Strichdurchrechnung machen und sagen, Moment mal, du kriegst erst mal acht Strikes, dein Kanal wird siebenmal, äh, fünfmal gelöscht und darüber hinaus schuldest du uns eine Milliarde Euro, weil YouTube und Musik, die verstehen sie ja nicht, ne? Geh mal und so. Ne, muss ich aufpassen. Und deswegen muss ich dann halt bei Hitbox immer hingehen und ab dem die Musik zu Ende ist, wenn ich quasi loslege mit Moin Moin oder It's a miese. Ich bin gerade mit meinen Kindern an meinen Popschutz gekommen, wenn es interessiert. Ich stelle niemanden, ich hoffe, man hat es nicht gehört, so ein Bumm. Ich muss halt immer erst dann auf Aufnahmen drücken und weil ich nun mal ich bin, vergesse ich das ganz oft. Und ich muss das hinterher dann halt hochladen. Aber das ist nicht so schlimm. Das geht ja, das geht. Ich lasse ja, verdammt, sowieso. Ich bin verdammt, aber ich lasse es nicht verdammt sein. Oh, es tut mir so leid. Ich bin so doof. Ach ja, herrlich. Komm. Wow, wow, wow. Na, bremsen. Äh, gib mir die Münze. Okay, gib mir die Münze nicht. Oh, kommt da eine Wetschel? Nein, ne? Sagt zumindest kurz danach aus. So. Ich lasse ja am Wochenende, wollte ich kurz sagen, sowieso mein Rechner immer über Nacht eigentlich laufen. Einfach nur, ja, weil da nehme ich halt immer am meisten auf. Zumindest am Freitag und am Samstag. Samstag nicht allzu viel, weil ich halt nicht hingehen möchte und Angst habe, oder ich habe dann Angst, dass mein Rechner irgendwie so total überhitzt und gerade bei dem Wetter und so. Ist euch wahrscheinlich vollkommen egal, wollt ihr gar nicht hören. Ich wollte es nur mal erzählen. Ja, wirklich. Ich wollte es nur mal erzählen. Und Samstag, ähm, abends, wenn das Streaming zu Ende ist, mache ich immer noch so einen Rendertag. Habe ich jetzt so langsam so klick, dann mache ich alles. Ich schneide vorher alles. Stream zu Ende. Schnittprogramm öffnen. Go. Gib ihm Knallgas, Baby. Gib ihm alles. Ja, und am nächsten Tag wird es dann hochgeladen. Hm. Das ist so der Ablauf. Wenn es interessiert. Wahrscheinlich niemanden. Ha. Wollt es nur mal, Ben. Okay. Na gut. So. Was sind wir denn jetzt? Hike Sidebike Stadion hatten wir schon in den letzten Parts. Immer so oft, ne? Big Blue. Ja, komm, wir machen mal zufällig. Gucken, was mal rumkommt. Vielleicht kommt ja auch mal eine Strecke dran. Man darf da wohl noch träumen. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich gehe dir next zu. Deutschland. Such den Superkario. Silinkario, was ist ihr besonderes Talent? Ich kann nix und das besonders gut. Ja. Mhm. Da kratzt es mich. Ja, da juckt es. Selbst mein Körper kriegt schon von mir Ausschlag. Oh. Meine Strecke. Es ist Käseland. Käse. Erdbeerkäse. Ha. Ich mag Käse. Und Züge. Tut, tut. Ne. Erdbeer Kä... Was? Erdbeerkäseland. Käseland. So ist ja die Strecke. Mag ich gar nicht. Wieso muss da ausgerechnet die dran kommen? Ernsthaft? Die geht gar nicht. Ist ein No-Go. Ha. Na ja, egal. Müssen wir uns mit zufrieden geben, nicht wahr? Komm, Hackengas hier. Hackengas. Los. Danke. Lucky. Two. Wow. Okay. Versuchen wir mal als Bessie. Kann man nämlich eigentlich richtig krass skillen, wenn man so driftet und dann im richtigen Moment hier nochmal den Sprung nutzt, glaube ich. Dann ist das so doppelt, oder? Oder ist das doppelt gemoppelt und zählt irgendwie gar nicht. Ich habe aber oft das Gefühl, dass der Drift dann irgendwie nur so kurz ist und der den Drift, den man so in eine Kurve machen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er heißt. So spontan. Dass der der Geist dann richtig zählt oder so. Ich glaube, das lohnt sich nur diesen Sprung zu machen, wenn man sowieso nur einen kurzen Durft hat, oder? Um mal eben so Pro-mäßig an die Sache ranzugehen. Alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin. Ja, wenn ich Pro bin, wird sich alles ändern. Kennt ihr das Lied? Kennt jemand von euch das Lied? Ich würde euch heute Abend empfehlen, bei den Livestreamer auf jeden Fall dabei zu sein. Ich habe nämlich wieder eine richtig geile Playlist. Ja, habe ich. Ich habe mir Lieder schon rausgesucht. Ich habe die Playlist schon fertig gemacht. Wollte ich sie auch beim YouTube-Stream bringen. Dachte ich mir dann aber, hatten wir gerade das Thema. Äh, nee, machen wir lieber nicht. Das wäre ziemlich unklug, wenn ihr das macht. Und habe dann halt ganz schnell noch, bevor das zu den letzten Wochen losging, andere Lieder rausgesucht. Ich so, äh, was kann ich machen? Google, äh, das, ja, das, äh, das, äh, ja, das auch. Und den hier. Gut. Und, naja, bei Hitbox kann ich halt theoretisch alles Mögliche spielen. Es soll natürlich immer Anime- oder Spielbezogen sein, Gamebezogen sein. Und ich freue mich auf die Playlist diese Woche am Samstag, oder heute besser gesagt. Weil ich stimme mich auch selber, hehehe, selber immer mit der Playlist ein. Ja, bevor das, ich höre mir immer selber die Playlist an. Ein bisschen vorher manchmal auch. Während ihr sie auch hört. Und summe so vor mich hin und kriege halt Minute, vier Minuten bessere Laune. Hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Part angesprochen. Wenn ich mich also gerade wiederhole. Dickes, fettes, großgeschriebenes S-O-R-R-Y. Sorry. Und das war dumm. Ich wollte gar nicht werfen. Ah, shit. Hinter mir ist doch einer. Der ist ganz schön dicht bei mir. Ja, anders als bei meinen Livestreams werde ich hier sogar ab und zu mal Erster, ne? Das liegt bestimmt daran, weil ihr nicht mitfahrt und ich nicht so nervös bin. Und ich überrunde mir sogar einen. Das ist irgendwie für ihn zumindest sehr unangenehm. Und ich werde ernsthaft, nein. Nein! Nein, wie dumm ist das denn? Jetzt habe ich echt die letzte Kurve verschnitzelt. Ach, nee. Weil ich mich so auf den Konzentrierter, der überholt wurde oder überrundet wurde. Müssen wir jetzt warten, bis er ein Ziel ist? Ne, müssen wir nicht. Ne, ne, müssen wir nicht. Das ist mir übel. Ah, nein. Wer war das überhaupt? Der Luigi? Super Salz. Boah, der hat mit Bewegungssteuern vielleicht das erste Mal. Kann sein. Der spielt ja das erste Mal. Denkt sich gerade so, ich töste das mal. Und verliert jetzt 5000 Punkte und hat er eigentlich schon über 8000 oder so. Keine Ahnung. It's over 9000 vielleicht sogar. Ja. Ist er den Karo? Ja, ja. Gut. Komm, gib mir die Strecke. Wir nehmen Cooper Großstadt Fieber. Mag ich nicht? Ist aber mal eine Abwechslung. Was heißt mag ich nicht? Die ist schwierig. Also ich finde sie echt nicht gerade einfach. Können wir die einfach mal nehmen. Warum denn nicht? So. Ähm. Das ist mein letztes Spiel. Schönen Dank. Danke fürs Spielen. Hihi. Danke fürs Spielen. Ich bedanke mich mal eben. Vora und Lexa. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hab mich wirklich gefreut. Wir sch... 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 Schüsseln. Hä. Schüsseln. Kennt ihr das von Home with your mother, Ted? Schüsseln. Das ist, wenn man ganz oft ein Wort sagt, ne? So, so. Sag mal ganz auch Schlüssel. 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 Ich mach's jetzt nicht. Klingt doof für euch. Das ist jetzt die letzte Runde. Das wollte ich sagen. Meine Güte. Ich bin echt kaputt irgendwie. Ja, ich muss irgendwie mal wieder mehr schlafen als eine Stunde. Nein, es sind schon fünf oder vier. Manchmal vier, manchmal fünf. Der kurze Schlaf ist der gesunde Schlaf. Hat man mir bei der Bundeswehr beigebracht. Aber das ist nicht so richtig irgendwie. Ha. Ne, das ist die letzte Runde. Da, hat nicht geklappt dazu. Waren wir weit hinten. Und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe mal, dass wir hier bei Wario-Abfahrt noch ein bisschen was an Skill rausholen können. Und ich will... Na ja. Danke, George. Danke, George. Oh. Ha, ha. Tod. Ha, ha. Oh, der Drift ist nicht gut. Der war alles andere als gut. Der war schlecht, ja. Der war sogar richtig kacke eigentlich. Der war wirklich so richtig kacke. Genau so wie der, aber es ging noch so. Ja, es ist eine Abkürzung. Habe ich ungefähr ein halbes Jahr geboren, um das herauszufinden. Ja, wie es halt ist. Und den Pilz wollte ich mir aufheben. Nein. Der hat Wetschalls. Ich gehe nach hier unten. Soll sogar offiziell, inoffiziell, keine Ahnung, kürzer sein. Wenn man dann richtig fahren würde. Glaube ich zumindest. Glauben versetzt Berge. Und er rampt mich einfach. Er wirft sie nicht. Er rampt mich einfach. Aber das reicht schon für so ein Kario. Ah. Hat jetzt seine Wetschalls losgedöhnert? Ja, da hat er. Ah, die gebe ich mir auch. Sehr schön. Kann ich die eine abkürzeln und mich dann nehmen? So, Moment, Moment. Noch einen nehmen wir noch. Und jetzt gehen wir nämlich hier mitten drüber. Aber ich glaube, er hat das gleiche vor, oder? Ja, aber ich komme dir zuvor. Verdammt. Nein, das mache ich denn jetzt. Ja, ja. Der rettet mich. Danke. Kein Skill, aber ein Kugelwili. Was? Ja, und ich ramme natürlich erst mal die Wand. Hm. Mit Wandkuschel und Wülse in die Karte. Ja. Hm. Wetschel wollte er nicht haben. Nein. Gebt mal ein paar Münzen her hier. Ein bisschen noch Speed hier jetzt, wo es bergab geht. Bei der Mario-Abfahrt. Wer hat es gedacht? Okay, meine Reifen sind irgendwie nicht dafür geeignet. Ja, sowas achte ich eigentlich nicht. Ich wollte es jetzt einfach nur mal sagen. Klang cool. War es aber nicht. Aber was soll ich mit einer Wetschel? Verdammt. Komm, setz doch mal ein, dein Pils da. Setz doch mal den Pils ein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den treffe. Ne, sieht nicht danach aus. Was soll ich dir mit dem Ollen Bumerang? Lexa. Hm. Nein. Ernsthaft? Ach, kommt schon. Warum gönnt ihr mir das denn nicht? Ja. Was? Siebter oder achter? Siebter oder... Siebter. Boah. War aber knapp. Knopi Gorski, Mamoski. Eieieiei. Gut. Gut. Ja. Schlecht. Eigentlich schon, oder? Plus zwei Punkte. Ja gut. Bin ich einigermaßen mit zufrieden. Das war es dann aber auch wieder für den heutigen Part von meinem Let's Play zu Michael Kart. Ach, die Kommi wissen inzwischen, was ich spiele, oder? Mein Name ist Silinkario. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick, meine Freunde. Macht's gut. Ciao.